Hi Leute, es wird jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Einleitung für das Thema, aber mein Mann und ich haben gestern hier diesen Film mit dem Exorzisten geguckt und ich habe dann am Ende des Films realisiert und habe das dann halt nochmal gegoogelt, dass es diesen Exorzisten tatsächlich halt gab und dass es auch eine internationale Organisation für Exorzisten gibt, was ich nicht wusste und mega abgefahren fand. Und dann habe ich irgendwie nochmal so gedacht, ich finde das so faszinierend, diese Vielfalt des Lebens irgendwie. Es gibt halt einfach irgendwie alles auf dieser Welt und es gibt Dinge wahrscheinlich auch, die kann ich mir nicht mal vorstellen, weil das so in meiner Blase, in der ich lebe, so was Skurriles ist. Ich dachte dann so, ey, das ist so krass, es gibt halt Exorzisten und dann gibt es Leute, die sind besessen in Anführungsstrichen, also man weiß halt nicht, ob es das gibt, aber auch da kann man halt nicht beweisen, dass es das nicht in irgendwelchen Ausnahmefällen auch gibt. Und dann dachte ich so, es gibt halt auch, es gibt Kannibalen und dann gibt es sogar Leute, die wollen gegessen werden. Wie abgefahren ist das denn? Und keine Ahnung, dann gibt es irgendwie, halt, dann gibt es religiöse Leute in verschiedenen Richtungen und dann gibt es Satanisten und dann gibt es Serienkiller und Leute, die glauben, sie sind Jesus. Und was ich sagen will, es gibt halt so viele Dinge, verschiedene, unterschiedliche Dinge und ich möchte das jetzt gar nicht kategorisieren, halt in Gut und Böse, darüber kann man halt diskutieren, ob es jetzt gut ist, dass es Serienkiller oder sowas gibt. Aber einfach vom Prinzip her ist diese Vielfalt des Lebens und der Dinge, die hier stattfinden, einfach, ich finde es total faszinierend, das ist irgendwie super krass. Das spiegelt ja auch die Dualität dieser Welt wieder und irgendwie begreife ich langsam, wie cool das alles ist. Ich meine, ich fände es natürlich auch cool, in einer Welt der Glückseligkeit zu leben, wo es all diese bösen Dinge halt nicht gibt, natürlich. Aber ich meine, ich lebe ja jetzt hier, insofern gibt es das alles und das hat halt irgendwie auch was sehr, sehr Mystisches, weil es gibt ja auch viele Phänomene, die wir uns absolut nicht erklären können. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht mit den Pyramiden, dass man auch da nicht hundertprozentig beweisen kann, wie die entstanden sind. Und da gibt es irgendwie 50.000 Theorien zu. Und ich meine, das führt mich natürlich letztlich wieder an diesen Punkt, von wegen, es gibt die eine Wahrheit nicht. Aber langsam fange ich an zu verstehen, auch wie cool das einfach ist, weil das so ein vielfältiges Potenzial einfach bildet auf dieser Welt und so vielfältige Möglichkeiten, diese Welt zu erleben. Und dann hatte ich auch natürlich noch mal an diese Non-Duality-Leute gedacht, die ja dann sich quasi so vom Denken her aus dieser Welt rausbeamen, so ins Weltall, und die gucken dann von da aus irgendeiner göttlichen Perspektive, die sie da meinen zu sehen, auf die Welt und sind dann so, ja, das bedeutet halt alles nichts aus der absoluten Sicht und sowas. Und klar kann ich mich da reinversetzen und kann dann sagen so, ja, natürlich für, keine Ahnung, für das Universum ist es jetzt nicht so wichtig, was hier auf der Erde passiert. Aber es ist halt schön, das alles erleben zu können und quasi aus dieser Perspektive oder quasi aus seiner eigene Bubble, in der man lebt, mal so ein bisschen aufzumachen und die Vielfältigkeit der Erfahrungsmöglichkeiten dieser Welt zu sehen. Das finde ich viel geiler, als mich da so rauszubieben. Und das fand ich schön. Das hat mir so ein bisschen noch mehr Wertschätzung für die Dualität gegeben und auch noch mal so ein bisschen diese Erfahrung von, wow, das ist einfach ein krasses Mysterium, in dem wir hier leben. Und wie schön, dass man das erleben darf. Wie cool irgendwie. Ich meine, man weiß ja auch immer noch nicht wirklich, warum das alles hier da ist. Man weiß es nicht, aber es ist halt da. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, dafür halt irgendeine Erklärung zu finden und dann irgendwie zu sagen, keine Ahnung, das Bewusstsein ist die Quelle von allem und daraus ist das alles entstanden und das hier ist alles Maya oder das große Spiel des Göttlichen. Das ist alles nicht nötig, weil es reicht doch. Es reicht halt, dieses Universum in seiner Vielfältigkeit zu haben und zu erfahren. Das allein ist schon einfach das, das ist halt so cool. Und ich bin wirklich froh, dass ich inzwischen nicht mehr auf der Suche nach irgendeinem höheren Zustand bin. Ich meine, klar, ich hatte gestern ein schönes Gespräch, dazu wird es später noch was geben, aber da ist mir auch nochmal so klar geworden, natürlich, wenn ich mich jetzt aussuchen könnte, dass ich für immer in so einem Zustand leben könnte, den ich damals teilweise erlebt habe, klar, wäre das super cool, warum nicht? Aber vielleicht ist es viel sinnvoller zu akzeptieren, dass wir als Menschen in der Dualität leben und somit duale Erfahrungen auch machen. Also halt verschiedene Zustände erleben und normalerweise eigentlich nicht dauerhaft in einem Zustand verbleiben können und dass das halt okay ist. Das ist okay. Und trotzdem können wir halt so schöne Zustände erleben und das ist ja dann schön und die kann man auch wertschätzen. Und man kann sich ja auch was dafür tun, dass man häufiger sich in schönen Zuständen aufhält und das ist sicher eine gute Sache. Aber ich bin froh, diese Erleuchtungssucht oder diese Suche nach, dass dieser Zustand dauerhaft bleiben muss, dass das einfach weg ist und dass ich einfach gerade so total begeistert bin von diesem Mysterium, was wir hier haben und von all den Dingen, die es gibt, auch wenn die grausam sind, die gehören halt irgendwie scheinbar mit dazu und sind halt irgendwie auch faszinierend, solange man nicht, keine Ahnung, auf dem Opfertisch von irgendwelchen Satanisten liegt oder einen Exorzismus durchmachen muss oder so. Also, insofern habe ich heute echt einen schönen Tag in diesem weltlichen Mysterium. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht eure Zeit damit, euch mit irgendwelchen Neo-Art-Weiter-Gedanken auseinanderzusetzen und auf die Erleuchtung zu warten, sondern macht was Schönes und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.